Chapter 2, Kapitel 2, Kapitel 2, Kapitel 2 The Nautilus, die Nautilus, die Nautilus, die Nautilus I'm not a young man and I can't swim well. Ich bin kein junger Mann und kann nicht gut schwimmen. I started to go under water. Ich fing an unter Wasser zu gehen. Ich fing an unter Wasser zu gehen. But then there was a strong hand on my back. Aber dann war da eine starke Hand auf meinem Rücken. Aber dann war da eine starke Hand auf meinem Rücken. I looked behind me. Ich sah hinter mich. Hinter, behind. Hinter. Ich sah hinter mich. Ich sah hinter mich. My servant was there. Mein Diener war da. Diener, servant. Diener. D-I-I-N-I-R. Diener. Mein Diener war da. Mein Diener war da. Conseil, why are you in the water, I asked. Conseil, warum bist du im Wasser, habe ich gefragt. Conseil, warum bist du im Wasser, habe ich gefragt. You were in the sea and I wanted to stay with you. Du warst im Meer und ich wollte bei dir bleiben. Bleiben, stay, bleiben, B-L-E-I-B-E-N, bleiben. Du warst im Meer und ich wollte bei dir bleiben. Du warst im Meer und ich wollte bei dir bleiben. That's my job, Mr. Aronax, Conseil said. Das ist meine Aufgabe, Mr. Aronax, sagte Conseil. Aufgabe, my job. Aufgabe, A-U-F. G-A-B-E, Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, Mr. Aronax, sagte Conseil. Das ist meine Aufgabe, Mr. Aronax, sagte Conseil. There's a problem with the Abraham Lincoln. Es gibt ein Problem mit der Abraham Lincoln. Es gibt ein Problem mit der Abraham Lincoln. Es gibt ein Problem mit der Abraham Lincoln. It can't come back for us. Sie kann nicht für uns zurückkommen. Come back. Zurückkommen. Zurückkommen. That you are. You umlaut C-K. K-O-M-M-I-N. Zurückkommen. Sie kann nicht für uns zurückkommen. Sie kann nicht für uns zurückkommen. Let's swim and wait for morning. Lass uns schwimmen und auf den Morgen warten. Warten. Wait. Warten. W-A-R-T-E-N. Warten. Lass uns schwimmen und auf den Morgen warten. Lass uns schwimmen und auf den Morgen warten. Before morning my legs stopped working. Vor dem Morgen hörten meine Beine auf zu arbeiten. 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 Working. Arbeiten. A-R-B-E-I-T-E-N. Arbeiten. Vor dem Morgen hörten meine Beine auf zu arbeiten. Vor dem Morgen hörten meine Beine auf zu arbeiten. Gehen Sie, Konsei, sagte ich. Gehen Sie, Konsei, sagte ich. Ich bin ein toter Mann, aber du bist jung und stark. Ein toter Mann. Dead man. Toter. T-O-T-E-R. Toter. Ich bin ein toter Mann, aber du bist jung und stark. Ich bin ein toter Mann, aber du bist jung und stark. You can find a boat. Then water came into my mouth. Du kannst ein Boot finden. Dann kam Wasser in meinen Mund. Und meine Augen schlossen sich. Und meine Augen schlossen sich. They opened a short time later. Sie öffneten sich. Kurze Zeit später. Sie öffneten sich kurze Zeit später. Ich war bei Konsei und Netland auch. Ich war bei Konsei und Netland auch. Ich war bei Konsei und Netland auch. I don't understand. Ich verstehe nicht. Verstehe. Understand. Verstehe. V-E-R-S-T-E-H-E. Verstehe. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. We are not swimming. Wir schwimmen nicht. Schwimmen. Swimming. Schwimmen. S-C-H-W-I-M-M-I-N. Schwimmen. Wir schwimmen nicht. Wir schwimmen nicht. Auf dem Rücken des Riesenwalts, sagte Net. Auf dem Rücken des Riesenwalts, sagte Net. Auf dem Rücken des Riesenwalts, sagte Net. Then he smiled. Dann lächelte er. Lächelte. Smiled. Lächelte. L-A-U-M-L-O-T-C-H-E-L-T-E. Lächelte. Dann lächelte er. Dann lächelte er. But it's not a whale. Aber es ist kein Wahl. Aber es ist kein Wahl. Aber es ist kein Wahl. I looked and he was right. Ich schaute und er hatte Recht. Recht. Right. R-E-C-H-T. Recht. Ich schaute und er hatte Recht. Ich schaute und er hatte Recht. Wir waren auf einem U-Boot. Wir waren auf einem U-Boot. Wir waren auf einem U-Boot. You and I went into the sea at the same time, Mr. Aronax, Ned said. Sie und ich sind gleichzeitig ins Meer gegangen, Mr. Aronax, sagte Ned. Sie und ich sind gleichzeitig ins Meer gegangen, Mr. Aronax, sagte Ned. Sie und ich sind gleichzeitig ins Meer gegangen, Mr. Aronax, sagte Ned. After that, I waited here. Danach habe ich hier gewartet. Uns geht es jetzt gut, aber dieses Boot. kann unter Wasser gehen. Uns geht es jetzt gut, aber dieses Boot kann unter Wasser gehen. Uns geht es jetzt gut, aber dieses Boot kann unter Wasser gehen. What are we going to do then? Was machen wir dann? Was machen wir dann? Was machen wir dann? Suddenly the submarine started to move. Plötzlich setzte sich das U-Boot in Bewegung. Bewegung, movement. Bewegung. B-E-W-E-G-U-N-G. Bewegung. Plötzlich setzte sich das U-Boot in Bewegung. Plötzlich setzte sich das U-Boot in Bewegung. Lärm. Quickly, I said. Schnell, sagte ich. Schnell, sagte ich. Schnell, sagte ich. Make some noise. Machen Sie Lärm. Lärm. Noise. Lärm. L-A-U-M-L-A-U-M-L-A-U-T-R-M. Lärm. Machen Sie Lärm. Machen Sie Lärm. Hit the boat with your hands. Schlagen Sie das Boot mit Ihren Händen. Schlagen. Hit. Schlagen. S-C-H-L-A-G-E-N. Schlagen. Schlagen Sie das Boot mit Ihren Händen. Schlagen Sie das Boot mit Ihren Händen. A door opened and eight men came out. Eine Tür öffnete sich und acht Männer kamen heraus. Eine Tür öffnete sich und acht Männer kamen heraus. Wir gingen mit Ihnen ins U-Boot. Gingen. Went. Gingen. G-I-N-G-E-N. Gingen. Wir gingen mit Ihnen ins U-Boot. Wir gingen mit Ihnen ins U-Boot. Where are you taking us? We asked the man. Wohin führen Sie uns? Haben wir die Männer gefragt. Wohin führen Sie uns? Haben wir die Männer gefragt. Wohin führen Sie uns? Haben wir die Männer gefragt. But they didn't answer. Aber sie antworteten nicht. Aber sie antworteten nicht. Aber sie antworteten nicht. We arrived in a dark room. Wir kamen in einem dunklen Raum an. Ankommen. Arrive. Wir kamen an. K-A-M-M-E-N. Kamen. Wir kamen in einem dunklen Raum an. Wir kamen in einem dunklen Raum an. The man went away and closed the door behind them. Die Männer gingen weg und schlossen die Tür hinter sich. Closed. Schlossen. S-C-H-L-O-S-S-I-N. Schlossen. Die Männer gingen weg und schlossen die Tür hinter sich. Die Männer gingen weg und schlossen die Tür hinter sich. Ned tried the door, but it didn't open. Ned probierte die Tür, aber sie ging nicht auf. Probierte. Tried. Probierte. P-R-O-B-I-E-R-T-E. Probierte. Ned probierte die Tür, aber sie ging nicht auf. Ned probierte die Tür, aber sie ging nicht auf. We're never going to escape, he said. Wir werden niemals entkommen, sagte er. Entkommen. Escape. Entkommen. I-N-T-K-O-M-M-I-N. Entkommen. Wir werden niemals entkommen, sagte er. Wir werden niemals entkommen. Those men are going to kill us. Diese Männer werden uns töten. Töten. Kill. Töten. T-O-M-L-O-T-T-I-N. Töten. Diese Männer werden uns töten. Diese Männer werden uns töten. We waited for a long time in the dark room. Wir haben lange in dem dunklen Raum gewartet. Raum. Room. Raum. R-A-U-M. Raum. Wir haben lange in dem dunklen Raum gewartet. Wir haben lange in dem dunklen Raum gewartet. Then the lights came on and the man walked into the room. Dann ging das Licht an. Und ein Mann betrat den Raum. Betrat. Walked in. Betrat. B-E-T-R-A-T. Betrat. Dann ging das Licht an. Und ein Mann betrat den Raum. Dann ging das Licht an. Und ein Mann betrat den Raum. Perhaps he was thirty-five. Or perhaps fifty. Vielleicht war er fünfunddreißig. Oder vielleicht fünfzig. Vielleicht. Perhaps. Vielleicht. V-I-E-L-L-E-I-C-H-T. Vielleicht. Vielleicht war er fünfunddreißig. Oder vielleicht fünfzig. Vielleicht war er fünfunddreißig. oder vielleicht fünfzig. Er war groß, hatte schwarze Augen und ein interessantes, offenes Gesicht. Gesicht. Face. Gesicht. G-E-S-I-C-H-T. Er war groß, hatte schwarze Augen und ein interessantes, offenes Gesicht. In French I set our names and asked for food and drink. Auf Französisch nannte ich unseren Namen und bat um Essen und Trinken. Bad. I asked for. Bad. Ich bad. Bad. B-A-T. Bad. Auf Französisch nannte ich unseren Namen und bad um Essen und Trinken. Er hörte ruhig zu. Aber er antwortete nicht. Er hörte ruhig zu, aber er antwortete nicht. Er hörte ruhig zu, aber er antwortete nicht. Er versteht kein Französisch, sagte ich. Er versteht kein Französisch, sagte ich. Er versteht kein Französisch, sagte ich. You try, Ned. Versuchen Sie es, Ned. Versuchen. Try. Versuchen. V-E-R-S-U-C-H-E-N. Versuchen. Versuchen Sie es, Ned. Versuchen Sie es, Ned. Vielleicht versteht er Englisch. Vielleicht versteht er Englisch. Ned talked in English. Ned sprach Englisch. Sprach. Talked. Sprach. S-P-R-A-C-H. Sprach. Ned sprach Englisch. Ned sprach Englisch. Englisch. Then Conseil tried in German. Dann versuchte es Conseil auf Deutsch. Deutsch. German. Deutsch. D-E-U-T-S-C-H. Deutsch. Dann versuchte es Conseil auf Deutsch. Dann versuchte es Conseil auf Deutsch. But they had the same problem. Aber sie hatten das gleiche Problem. Das gleiche. Gleiche. The same. Gleiche. G-L-E-I-C-H-E. Gleiche. Aber sie hatten das gleiche Problem. Aber sie hatten das gleiche Problem. What can we do now? I asked my friends. Was können wir jetzt machen? Habe ich meine Freunde gefragt. Was können wir jetzt machen? Habe ich meine Freunde gefragt. Was können wir jetzt machen? Habe ich meine Freunde gefragt. But the man walked away and closed the door. Aber der Mann ging weg und schloss die Tür. Tür. Door. Tür. T-U-Umlaut R. Tür. Aber der Mann ging weg und schloss die Tür. Aber der Mann ging weg und schloss die Tür. wieder. Again we waited. Wieder warteten wir. Warteten. Waited. Warteten. W-A-R-T-E-T-E-N. Warteten. Wieder. Again. Wieder. W-I-E-D-E-R. Wieder. Wieder warteten wir. Ned was very angry. Ned war sehr wütend. Wütend, angry. Wütend. W-U-M-L-O-U-T-T-E-N-D. Wütend. Ned war sehr wütend. Ned war sehr wütend. He didn't like the man on the submarine. Er mochte die Männer auf dem U-Boot nicht. Didn't like. Er mochte nicht. Mochte. M-O-C-H-T-E. Mochte. Er mochte die Männer auf dem U-Boot nicht. Er mochte die Männer auf dem U-Boot nicht. He didn't like our room. Unser Zimmer gefiel ihm nicht. Didn't like. Gefiel nicht. Gefiel. Von gefallen. Gefiel. G-E-F-I-E-L. Gefiel. Unser Zimmer gefiel ihm nicht. Unser Zimmer gefiel ihm nicht. And he didn't like waiting. Und er wartete nicht gern. Und er wartete nicht gern. Und er wartete nicht gern. Ich werde aus diesem U-Boot fliehen, sagte er. Fliehen. 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 F-L-I-E-H-E-N. Fliehen. Ich werde aus diesem U-Boot fliehen, sagte er. Ich werde aus diesem U-Boot fliehen, sagte er. Ein Mann kam ins Zimmer und Ned fing an, ihm ins Gesicht zu schlagen. 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 S-C-H-L-A-G-E-N. Schlagen. Ein Mann kam ins Zimmer und Ned fing an, ihm ins Gesicht zu schlagen. Ein Mann kam ins Zimmer und Ned fing an, ihm ins Gesicht zu schlagen. Conce and I wanted to stop Ned, but he was very strong. Conce and I wanted Ned to stop. Aber er war sehr stark. Aufhalten. To stop. Aufhalten. A-U-F-H-A-L-T-I-N. Aufhalten. Conce and I wanted Ned to stop. Aber er war sehr stark. Conce and I wanted Ned to stop. Aber er war sehr stark. Suddenly our first visitor was with us again. Plötzlich war unser erster Besucher wieder bei uns. Visiter. Besucher. Besucher. B-E-S-U-C-H-E-R. Besucher. Plötzlich war unser erster Besucher wieder bei uns. Plötzlich war unser erster Besucher wieder bei uns. Stop, Mr. Land, he said in very good French. Hören Sie auf, Herr Land. Sagte er in sehr gutem Französisch. Hören Sie auf, Herr Land. Sagte er in sehr gutem Französisch. Hören Sie auf, Herr Land. Sagte er in sehr gutem Französisch. And please listen to me, all of you. Sie alle. All of you. Alle. A-L-L-I. Alle. Und bitte hören Sie mir alle zu. My name is Captain Nemo and this is my boat, the Nautilus. My name is Captain Nemo and this is my boat, the Nautilus. Captain, Captain. K-A-P-I-T-A-U-M-L-O-T-N. Kapitän. Mein Name ist Kapitän Nemo und das ist mein Boot, die Nautilus. Mein Name ist Kapitän Nemo und das ist mein Boot, die Nautilus. I didn't talk to you on my first visit. Bei meinem ersten Besuch habe ich nicht mit Ihnen gesprochen. Bei meinem ersten Besuch habe ich nicht mit Ihnen gesprochen. I'm sorry about that. Das tut mir leid. Leid. L-I-D. Leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. But you're a problem for me. Aber sie sind ein Problem für mich. Aber sie sind ein Problem für mich. Aber sie sind ein Problem für mich. What can I do with you? My men and I are never going back to our countries. Meine Männer und ich werden nie wieder in unsere Länder zurückkehren. We are always going to live on the Nautilus. Wir werden immer auf der Nautilus leben. Immer. Always. Immer. I-M-M-E-R. Immer. Wir werden immer auf der Nautilus leben. Wir werden immer auf der Nautilus leben. You can live with us too. Auch sie können bei uns wohnen. Wohnen. Live. Wohnen. W-O-H-N-E-N. Wohnen. Auch sie können bei uns wohnen. Auch sie können bei uns wohnen. Aber sie können danach nicht in ihre Länder zurückkehren. Zurückkehren. Go back. Zurückkehren. Zurückkehren. Z-U-R-U-Umlaut. C-K-K-E-H-R-E-N. Zurückkehren. Zurückkehren. Aber sie können danach nicht in ihre Länder zurückkehren. Aber sie können danach nicht in ihre Länder zurückkehren. We don't want stories in the newspapers about us. Wir wollen keine Geschichten über uns in den Zeitungen. Zeitungen. Newspapers. Zeitungen. Z-E-I-T-U-N-G-E-N. Zeitungen. Wir wollen keine Geschichten über uns in den Zeitungen. What are you saying? I asked. Was sagen Sie? habe ich gefragt. Was sagen Sie? habe ich gefragt. Was sagen Sie? habe ich gefragt. We want to go home. Home. Wir wollen nach Hause. Nach Hause. Hause. Home. Nach Hause. Hause. H-A-U-S-E. Hause. Wir wollen nach Hause. Wir wollen nach Hause. You can go now, he answered. Sie können jetzt gehen, antwortete er. Sie können jetzt gehen, antwortete er. Sie können jetzt gehen, antwortete er. But it's going to be difficult for you, because you haven't got a boat. Aber es wird schwierig für Sie, weil Sie kein Boot haben. You're underwater and you aren't near the coast. Sie sind unter Wasser und nicht in der Nähe der Küste. Sie sind unter Wasser und nicht in der Nähe der Küste. Stay with us now and you can see a lot of interesting things. Bleiben Sie jetzt bei uns und Sie können viele interessante Dinge sehen. Bleiben, stay, bleiben. B-L-E-I-B-I-N, bleiben. Bleiben Sie jetzt bei uns und Sie können viele interessante Dinge sehen. Aber Sie können nie nach Hause gehen. Aber Sie können nie nach Hause gehen. Aber Sie können nie nach Hause gehen.